Was machen wir mit Piratenschniedeln? Stark behaarten Piratenschniedeln Riesigen, buschigen Piratenschniedeln Jeden Tag rasieren Sandweiche Piratenschniedeln Nie erigierte Piratenschniedeln Immer spritzbereiter Piratenschniedeln Rasieren wir jeden Morgen Mit P Und P Das heißt, ich soll... Du hast gesagt, spuck deinen Monitor an Ich soll, nein, das mach ich doch nicht Hier ist ein Huni Das war doch kein Spucken Das war so ein leichtes Lupfen Jeder spuckt halt so wie du, zieht davor hoch Andere machen einfach nur so ein leichtes Weißt du, so ein Gentle-Spit war das Man muss schon ordentlichen Spit haben Das ist schon verrückt Das ist auch irgendwie pervers, was man alles mit 100€ so erreichen kann Dass ein Mensch Quasi seinen Monitor anspuckt Oh Mann, das ist ja nur so eine kleine Popelinsel Ist das die Formel? Und das ist so eine Green Insel Eine Green Isle Ich erweitere jetzt mal das Raft im Großziel Ich habe hier all unser Holz zusammen gekratzt Und jetzt mache ich das Ding mal ein bisschen bigger Wahrscheinlich können wir gleich eh nicht mehr weiter fahren Weil die Motoren das gleich nicht mehr packen Ich habe schon zwei Ersatzmotoren gebaut Aber noch rudern sie die alten Mühlen Noch rudern die Mühlen Die klappern die Mühlen Die klappern wirklich ganz schön Also lange machen die nicht mehr mit Irgendwann müsste aber noch eine fettere Insel kommen eigentlich Ich sage nur Das brennt Hängen wir irgendwo fest? Anscheinend Ne, ne, ne Das ist alles gut, das ist alles gut Ohi, mein Kapitän Er beißt uns hier wieder die Latten weg, der Sack Der Sack hat uns wieder schön hinten ins Floß gebissen, ne Hat er wirklich? Hat er wirklich? Schön drin, ihr Bisse Guck immer, da ist ein richtiges Loch drin Hat er gut was abgeschmatzt Ich mag das, ne Wenn seine Gefällt mir Oh, find ich geil, du Das gefällt mir gut, ne Wenn die schöne Das gefällt mir richtig gut, du Wenn du da schön mit der Haihaut hinten dran gehst, du, ne Schön mit dem Haihappen den Anus gewischt Oder so ein bisschen schlapperst Schön ran geschlabbert An der alte Kloake Also ich hätte halt ganz gerne so ein Erstmal so eine Art, ähm Ich weiß, du willst die Tiere sofort knechten und unterjochen Nein Wir machen erstmal so ein Liebessalon Ja, genau das meine ich Aber ich hätte ganz gerne so eine Art, ähm Ja, so eine Art Reservoir, weißt du? Reservoir Ein Reservatorium Hätte ich ganz gerne Pesse Weng hat er gerne Reservang Ich hab ja auch mal dieses hochentwickelte, ähm Treibstoffproduktionsteil gemacht Ach geil Füllt ihr das direkt irgendwie rein, oder wat? Ja, aber du kannst auch einen Plankenzähler bauen, ne? Wie einen Plankenzähler Du kannst so einen Zähler bauen, wie viele, äh Wie viele Plattformen du hast Echt? Wo geht denn dat? Was ist das denn für eine Insel? Die Eisschollen? Wie jetzt die Eisinsel Nee, aber guck mal, oder? Das ist Eicy Isle, doch Eicy Isle E Schollen Insel Alter, ich geh hier unter Das ist eine Schollen Insel Musst du mal ankern Geil Ich bin gerade am Motor bauen Ich bin gerade am Motor bauen Ich kann das gerade nicht Und wie muss der hin? Moment, hä? Bäh, 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 bäh Ein Motor Und hier drüben müssen wir auch noch einen bauen Moment So Gut, wir haben jetzt, ich brauche Rohre Und es wird schon wieder dark Alter, was ist das denn für eine geheimnisvolle Insel mit oben so einem Turm? Funka Ist doch da? Ich bin hier, ja Äh, was wollte ich jetzt noch schnell machen? Warte, 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 warte Irgendwas wollte ich holen Ich brauche aber noch was zu essen Rohre, genau Hab mir nicht noch Rohre hier Hab mir nicht auch noch irgendwo einen Honigdöpfel? Döpfel? Na hier haben wir doch einen Döpfel. Dann nimmst du doch mal mit einen Döpfel. Das ist ja noch einen Döpfel anbieten. Ist das der Döpfel, was du da trinkst? Ist das der Döpfel, was du da trinkst? Döpfel. Warte mal, wir können auch mal hier Wings grillen gehen noch. Braucht man da eine Batterie? Honig platzieren, warte mal. Was geht denn hier? Genötigt Rohkost. Nötige ganz dringend sehr viel Ruhekost. Ey, wir müssen riesige Plantagen errichten für den ganzen Treibstoff, den wir hier herstellen wollen. Ja. Auch ein riesige Treibstoffplantagen. Warte mal, hatten wir nicht irgendwo noch catchgelibber? Ja, wir haben alles. Alter, wie geil ist das denn? Guck mal, er stellt jetzt hier den Sprit her und der Sprit wird direkt da drüben. reingepumpt. Das ist cool. Hä, was ist das denn hier für ein Ding? Das ist komisch. Äh, wo ist der catchgelibber da? Und wir brauchen halt richtig Bienen. Wir brauchen eine richtige Bienenfarm. Weißt du, Honig ist so der effizienteste Sprit. Es gibt nichts anderes. Kannst du da nicht irgendwie Knoblauch reintun oder so? Nee, kannst du nicht mit Garlic heizen. Das ist doof. Wo ist jetzt der Honig hin? Ah, hier. Nee, du kannst ja nicht mit Garlic durch. Du musst da schon ordentlich... Ich bin bereit. Ey, meine Catch-Kanone ist bereit. Öh, Sharkalot. Ey, die gute Bretter. Der will die gute Bretter. Nee, erst mal schlafen. Und dann würde ich sagen, gehen wir gucken, ob wir da irgendwen... ob wir da Freunde finden können auf der Insel. Hallo, möchtest du mein Freund sein? Peng voll in die Fresse. Das Raft ist jetzt schon gigantisch, ne? Das ist schon... extrem gigogantisch. Das ist schon... Gigo. Richtiges Gigo-Raft. Gigo-Schwindenberg. Da sind die einfach mal Eisschollen vor der Insel. Ja, klar. Und da oben ist auch irgendwie so eine kleine Eisstation. Die Ice Station. Mit Icy Brown. Icy Brown. Alarmstufe Braun. Alarmstufe Braun. Hä? Ist das die In... Nee, aber das ist ja eine grüne Insel. Nee, nee, das ist eine andere Insel. Das ist ja eine grüne. Das ist was anderes, du. Mir muss es doch irgendwo einen Lama geben. So einen Albino-Lama. So ein schönes. Ja, stimmt. Jetzt auf so einer Insel finden wir da überhaupt Tiere? Weiß es nicht. Ja, so ein... Erbogen im Eis. Einen fröhlichen Eisdodo? Das wäre schon nicht schlecht. Icydodo? Icydodo bringt... Farbe ins Leben. Nee, hier ist nur ein Laden. Ah, ich habe keine... Aber es gibt immer... Was ist das denn hier? Kann man da was machen? Ein Eisbär ist hier. Ich habe keine Anglerruze noch. Aber in dem Laden gibt es auch noch ein paar sehr wichtige Schlüssel-Sachen. Ja, ja, eben. Wir können ja auch noch ein paar Sachen kaufen. Also, äh, ne, hier... Wir können die Köder und so notfalls ja auch kaufen und dann einlagern erst mal und dann irgendwann einen anderen mal angeln. müssen das ja nicht sofort vor Ort machen. Hier gibt es eine Kopfbrühe, falls du willst. Ein Silber-Smooth. Oh, dann nehme ich. Oh ja, so ein Silber-Smooth. Ja, aber normalerweise gibt es auf jeder Insel ein Tier. Und das ist ein Eisbär. Den kann man leider nicht entführen. Ich würde es voll gerne. Äh, vielleicht gehe ich da nochmal zurück zum Rift und hole unsere Würfel, oder? Ja, kannst du machen. Auf jeden Fall, die Köder brauchen wir so oder so. Ja, eben, deswegen. Oh, oh. Hier ist echt kein Leben. Nicht mal so ein Eis-Dodo. Alter Frosch-Dodo. Auf unseren Reisen durch die Landen werden wir einige Tiere finden. Sie sind durch die Welt gereist und haben Tiere überall auf dem Kontinent belästigt. Sie haben sich dabei empfunden, diese Plastik-Gabel in einen Dodo-After zu schieben. Sie sind dabei zum Meister der Intimrasur bei Tieren geworden. Welche Techniken können Sie empfehlen? Keiner war so gut mit der Scherschere. Wir müssen weiterziehen. die holen uns hier die Köderlees. Ja, ja. Ich bin grad auf dem Weg. Was geil wäre, wäre halt ein Pinguin-Butler, ne? Boah, aber Pinguin-Butlers gibt's nicht, oder? Nee, leider nicht. Kannst du das jemand bitte modden für uns? Haben wir hier noch Würfel drin? Return of the Mods. Return of the Mods. Wie viele Würfel haben wir denn? Die hier? Haben wir noch irgendwo anders Würfel versteckt? Weiß es nicht. 18 Stück oder so hatten wir. Ich hab jetzt 13 in der Tasche. Oh, da sind noch mehr. 27. Aber dann nehme ich auch mal die Bitcoins mit. Wir haben noch irgendwo Bitcoins in der Chest gehabt, oder nicht? Ja, dass die sich durchgesetzt haben, ne? Die Bitcoins. Na klar. Dann nehme ich noch Bitcoins, dann habe ich noch Würfel, dann hole ich erst die Köder noch. Ich habe gesagt, ich war in Liebe mit dir. Moment mal, ist schon wieder die ganze Rohkost weg? Nee, oder? Wir brauchen mehr Rohkost. Ja gut, wir haben ja keine Beete und so. Ja, müssen wir jetzt anfangen, aber dann brauchen wir halt auch wieder so einen Verteidigungsmechanismus, ne? Ja. Am besten wäre eine Gatling-Gun. Das wäre halt geil, ne? So eine Harpune gegen die, so eine... Das wäre halt richtig nice, ne? So schön mit einer Gatling, zack, zack, zack. Oder halt einfach so eine Auto-Harpune, die dann... ...ne? Die Vögel an so eine Wand flockt, wo wir sie dann pflücken können. Wir müssen halt auch viel mehr Netze machen. Wir haben einfach zu wenig Netze. Ja, habe ich doch in der letzten Folge schon gesagt, dass wir viel mehr Netze brauchen. Hier ist dabei. Ich mache mal hier eine... Ich mache mal hier die Netz... So ein Netzschwert. Rang zwei. Das geht leider nicht. Da muss immer, ähm, Foundation haben. Oh, warte mal. Ich muss... Ich muss erst mal Müll aus meinem Inventar wegschmeißen. Hier, so ein Stein braucht kein Mensch. Hier, die alten Fische da. Brauche ich doch alles nicht. Nee. Jetzt ist meine Machete weg. Die brauche ich noch. Ähm. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen schon mal wieder erweitert. Die Netze. Ich habe zwei... Hier, alten Fisch. Fangen wir eh ohne Probleme. So. Gucken wir mal. Also erstmal kaufe ich ihm alle fortgeschrittenen Angelköder weg. Ja. Boah, wir müssen auch richtig viel Schrott züchten, ne? Silberalgen. Das ist nur für Rezepte wahrscheinlich, ne? Jetzt gibt er diesen Silber-Smooth. Ja, ja, genau. Aber weißt du schon mies? Wir finden eine Insel, da ist kein Tier drauf. Haben wir schon fortgeschritten eine große Anbaufläche? Nee. Kaufe ich mal, oder? Ja. Können wir jetzt erforschen. Boah, geil. Können wir jetzt direkt da irgendwie 20 Bäume oder sowas anpflanzen, oder? Keine Ahnung. Musst du mal schauen. Musst du mal erforschen und dann... Ja, hier. Boah, Alter. Ein ausgeklügelter Paracelle auf der Bäume anbauen kannst. Ja, aber schneller Bäume, noch mehr Baum. Ja, und da können wir Bananas holen vom Baum. Oder halt andere Sachen, Kokonuss und so. Und das ist doch dann... Das ist doch dann Rohkost, oder nicht? Das ist Rohkost, ja. Kann man eigentlich Sachen anziehen? Ich hab mal so ein Ding hergestellt. Sieht jetzt eigentlich genauso aus wie... Wie eh und je. Hatte ich die ganze Zeit einen Hyänenkopf auf? Ja. Ah. Haben wir noch Bananasamen? Malenzwellen? Hm. Aber kein Banananutt. Kein Banananas. Wir haben Kokonat ganz viel, aber irgendwie kein... Banojack. Erdbeersamen. Ah, hier. Hab welche. Da geht jetzt auch wieder nur eine rein, oder wie? Ja. Eine Pflanze. Wachst nicht nur besonders schnell? Ja, du musst ja wirklich super viel ranzüchten, um diese enormen Mengen... Wir brauchen auch super viel Wasser. Das ist der nächste Punkt. Wir brauchen enorme Mengen an Wasser. Wir brauchen enorme Mengen von quasi allem. Ja, wir hatten ja mal so einen schönen Wassertempel. Ja, wir brauchen einen Wassertempel. Guck mal, ich hatte eine kleine Gesichtsoperation. Wer sind sie? Das ist wirklich für immer dein Gesicht jetzt. Plastisch. Es bleibt so, ja, ja. Und du hast dir diese Entscheidung genau überlegt. Nee, irgendwo einen coolen Tisch oder so, wo ich das Ding hier hinstellen kann? Nee, ne. Wie meinst du den Tisch? Was denn jetzt hier? Ich hab hier so ein Dings. Den Fundamentenzähler. Nee, wir brauchen eigentlich sowas wie eine Art Steuereinheit. Alter, wir haben 700. Fast 800. Eins, zwei... Ja, ich will mindestens 7000 hier sehen. Ich will mindestens 7000 sehen. Vor allen Dingen, guck mal, wie weit der geht. Also, ne, du könntest 99.000. Boah, das wär schon geil, ne? Das wär schon richtig gigageil. Ja gut, machen wir erstmal einen Rückwärtsgang rein und fahren woanders lang. Und wieder, oder? Ja, wir müssen jetzt weiterfahren. Äh. Rückwärtsgang. Ab geht die Luzi. Müssen wir noch so einen geilen Anker bauen mit ins System. Ehe viel mehr auf Elektro dann gehen. Mehr Batterien. Aber auch noch nicht gutes Zeug. Ja, wir brauchen mehr von allem. Nur das wird auch richtig, richtig spaßig. Wir brauchen auch viel mehr von diesen Dingern hier. Weil wenn wir davon erstmal eine ganze Reihe haben, dann köchelt hier nämlich der Sprit, der direkt in die Pipeline gesprittet wird. Da wird richtig reingesprittelt. Da wird richtig abgesprittet. So, ich sprittle in the middle, alter. Malcolm in the sprittle. Malcolm in the sprittle middle. So. Malcolm in the faddle. Ist auch so eine tolle Serie. Die neue Formel 1 Serie. Ja, mach doch Nesca, der Schauspieler. Oh Gott, ich hab hier... Kannst du hier einsammeln? Was? Realisiert, dass ich so vollgepackt bin. Hier. Wo hier? Bei den Netzen. Bei den Netzen. Ach so. Schau mal, die ganzen Palmenblätter. Die werden ich alle mal hier in den Kamanscha reingeben. Weil wir brauchen ja auch ganz viele Würfelchen. Wir brauchen ja super viele Würfel. Diese guten Adermann-Würfel. Die guten Adermann-Knackers. Eigentlich den Grill kann man auch mal wegmachen. Diesen altmodischen, noch mit Planken, machen wir ja nicht mehr. Nee. Entlasse ich mal in den Ozean. Brauche ich noch einen Nagel. Alter, haben wir keine Nägel mehr? Gut, weh, sie schneiden. Allgemein ist alles schon mittlerweile ziemlich voll. Nee, wir haben keine Nägel mehr. Wir brauchen halt unbedingt einen Lama für Erforschung. Erforschung? Ich weiß ja, so kann ich ja nichts für. Wissenschaft der Dröte. Ich brauche einen 25 Gigawatt Golfkarten-Musson. Ich habe auch im Klo noch jetzt für Beschäftigung gesorgt. Dann können wir nach dem Kacken auch spielen. Shit and Play oder wie? Shit and Play, ja. Ja, wir brauchen eigentlich dann so ein, so ein, so eine, so eine, ähm, Schrenkleranlage. Wenn wir irgendwann hier... Ja gut, das können wir ja dann... Ja guck mal, die zwei fressen ja schon hier drin alles weg. Ich bin ja immer wieder hier dabei, die Boxsahne aus denen rauszupressen. Die Boxsahne. Das sind ja Männchen und geben aber trotzdem Milch. Was hast du denn erwartet? Die geben Eiran, was ist das? Die sind säuerlich. Hier guck mal, komm mal aufs Klo. Moment, ich komm, warte, ich will grad noch hier in den Wasser. Ach, jetzt können wir hier spielen oder wie? Cool. Jetzt kann man spielen. Nice. Oh, ausgetrickst, ja, hab ich schon gewonnen. Ja, wieso? Ich hab doch gewonnen. Ja, ich mach das. Wie, räumt man das wieder auf? Kann man das wieder leer machen? Gimmt. Was ist wieder? Da ran verschwenden jetzt Kids, wahrscheinlich Stunden, ne? Schön baden gehen, als verstrahlte Hyäne braucht man auch Pflege, ne? Ja, ja, ja. So, ich leg mich mal hin. Und ich komm. Da hab ich irgendwie so einen fiesen Kajütenhusten mir eingefangen. Einen alten Kajütenhusten, ne? Kajütenhusten. Husten? Kajusten, Alter. Kajusten, we have a problem. Kajusten. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Den Schmand der Schande brauchen wir. Aber jetzt catchen wir ja schon mal gut was weg. Und hier, Banane ist auch am Start. Läuft doch. Schmandarinen. Ja gut, die Folge ist schon wieder rum. Was? Na ja, klar. Das gibt's auch schnell. Auf kleinen Inseln gibt's keine Tiere? Hier ist so kleine. Nee, auf kleinen nicht. Nur auf den größeren. Nur auf den grünen hervorgehobenen. Okay. Nur da gibt's dat Animal. Müssen wir mal Kai Houston anrufen. Ja. Ja gut, wenn wir immer geradeaus fahren, irgendwann kommt eine Insel. Ja, irgendwann kommt immer eine Insel. Wie viele Foundations haben wir jetzt? 785. Das muss richtig big werden. Das muss so richtig unverschämt groß werden. Beschämend groß muss es sein. Verspottend. Götterverspottend groß. Ja, wir brauchen irgendwie sowas wie eine Spitze. Wo dann hier das Steuerkreuz ist und das Ein- und Ausschalte-Ding und so, ne? Ja, ja. Da müssen wir was zaubern. So Freunde, wir sind und wir brauchen Türme, wo wir mit Netzen verbinden, also mit Seilen. Ja. Und da konnten wir... Wenn du überlegst, was wir für Mauern gebaut haben damals, diese riesige... Die Schandmauer, ja, um die Abwehr. Die Abwehrmauer, um die Chinesen fernzuhalten. Die Mongolen. Die Mongolen. Ja, da hab ich nämlich damals, äh, Teriyaki Süß-Sauers war besonders klebrig. So, bis zum nächsten Mal. Bewertungen da lassen. Auf Wiedersehen und... Hello. Hello.